Dajjal, Mensch oder Tier Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, ob Ad-Dajjal ein Mensch ist, das heißt Bashar, oder ob er ein Schaitan ist. In der Überlieferung von Tamim Ad-Dari bei Imam Muslim sagten sie, wir haben noch nie so einen gewaltigen Menschen gesehen. Haben ihn als Mensch bezeichnet. Aber die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten wegen verschiedenen Überlieferungen.